Wir haben eine Rollerspanie, dann kommen die englischen Springer-Spanien und ein Cocker-Spanier. Auch da sind die Cocker-Spanier dabei. Ja, Sie sehen, das sind alles mittelgroße Hunde, Jagdhunde. Wenn Sie ein bisschen weiter vorne kommen können, dann reicht auch unser Kabel. Ja, vielleicht erzählen Sie einfach mal ein bisschen was zu dem irischen Wasserspanier. Ein Hund, der bei uns nicht so bekannt ist, selten gesehen wird, sicherlich oft als Mischling angesehen wird, denke ich mal. Aber Sie können uns ein bisschen was dazu erzählen. Also, das ist ein irischer Wasserspanier, das ist eine Jagdhundrasse. Spanier hier, wo Sie sehen sind. Spanier sind hier zum Stöbern im Gelände da und wurden dafür gezüchtet, um Jäger zur Hand zu gehen. Diese Rasse ist die größte Spanierrasse und ist eine Verbindung zwischen einem Retriever und einem Spanier. Das bedeutet, er bügelt und stöbert vor dem Schuss und apportiert genauso gut wie die Retriever nach dem Schuss. Sie kommt ursprünglich aus Irland, ist eine sehr, sehr alte Rasse im 16. Jahrhundert und wird in Deutschland sehr unbekannt. Sie ist also ein Gebrauchshund und sehr lustig. Gebrauchshund heißt, kann man ihn nur für die Jagd einsetzen oder was kann ich mit dem Hund im Grunde noch alles machen heutzutage, wenn ich jetzt kein Jäger bin? Ich bin auch kein Jäger. Dieser Hund ist sehr witzig und lustig. Sie können Agility mit ihm machen, Sie können Begleithunde-Training mit ihm machen, Obedience. Super für die Sucharbeit. Sie haben eine hervorragende Nase. Sie sind sehr freundlich zu allen Menschen. Sie gehen auch als Therapiebegleithund, wenn sie ruhig sind, also die entsprechenden Hunde, die dafür ereignet sind. Und man hat viel Spaß gemacht. Leichtführig, sagten Sie gerade. Leichtführiger Hund, also ist auch leicht für mich zu erziehen, wenn ich jetzt noch keine Hundeerfahrung habe oder sollte ich besser Hundeerfahrung mitbringen. In Verbindung mit einer Hundeschule als Ersthundehalter schon. Ohne Hundeschule würde ich es nicht machen. Vielen Dank. Gehen wir zur nächsten Rasse. Das sind die englischen Springer Spaniel. Hier sehr viel vertreten. Bei einer Person. Von daher, vielleicht erzählen Sie uns auch ein bisschen was über diese Hunde. So, also die englische Springer Spaniel, von denen wir hier vier errastene Hunde haben, vier Junghunde. Im Alter von vier, beziehungsweise vier und halben Monaten. Da würde ich mal vorzuhauen, genau. Ganz ähnlich wie bei dem A.L. Sport. Das ist eine sehr alte englische Hunderasse. Genauso wie die Cocker, zu denen wir gleich kommen. Die Springer Spaniel sind mittelgroße Hunde. Mit einer Schulterhöhe von ungefähr 51 Zentimetern plus minus. Im Standard ist 51 erwähnt für Rüden und für Hündinnen. Wiegen so Anfang 20 Kilo. Und sind ähnlich wie die Irish Water sehr fröhliche, sehr unkomplizierte Hunde. die diesen neuen Willen haben, Dinge richtig zu machen. Sind aber auch sehr sportlich. Darf man nicht vergessen. Die möchten laufen. Und die sollen auch laufen. Die können eine Obedience machen. Agility. Was weiß was. Die laufen gern am Rad, am Pferd sind. Patten sich also unwahrscheinlich gut an. Nur möchten eben bitteschön auch gerne irgendeiner Form bewegt und ein bisschen gefordert werden. Das ist alles nicht überkompliziert. Aber man darf das auch nicht vergessen. Nur zum Rumliegen ist er eben nicht. Die Fellpflege ist relativ einfach. Trotz des schönen langen Behangs. Die haben seidiges, relativ schlichtes Haar. Sie dürfen schon einer Pflege in Form von einmal die Woche durchkämmen und hörsen. Und dann werden eben bestimmte Körperpartien leicht angeschnitten. Damit eben dieses typische Aussehen erreicht wird. Das ist beim Springer Spanien sehr, sehr unkompliziert. Beim Cocker etwas aufwendiger. Aber auch keine Wissenschaft. Und ansonsten ist es ein Hund, der sich für viele, viele Gelegenheiten eignet. Die gibt es in braun. Also braun-weiß, wie diese Hunde. Oder eben braun-weiß mit Loh. Wie den Rüten und die kleinen Jugendlichen. Das Ganze auch in schwarz-weiß oder schwarz-weiß mit Loh. Wer dann lieber die schwarz-weiße Variante befahrt tut. Ja, das wäre so zu den Englisch-Springern, dass das so zu sagen hat. So, Englisch-Cocker-Spaniel. Ganz ähnlich wie die anderen Spaniel-Rassen. Stöberhunde, die eben auch mit dem Apportieren oder an dem Apportieren viel Freude haben. Auch leicht zu erziehen sind bei einer gewissen Konsequenz. Englisch-Cocker gibt es in deutlich mehr Farben. Die sind kleiner als die anderen Spaniel-Rassen. Die Hunde sind Ende 30 cm bis 40 cm ran. Die Rüten um die 40 cm. Da ist die Toleranz auch nicht so fürchterlich hoch nach oben und nach unten. Englisch-Cocker sind im Fell ein bisschen speziell. Wir haben eine 6 Monate alte Junghündin mit. Die kleine Braunschimmelhündin. Cleo, komm hin! Cleo! Cleo! Die kleine Braunschimmelhündin, die sieht im Moment noch aus wie so ein aufgeplatztes Sofakissen. Das ist einfach eine Zeit, die muss man aushalten. Dieses Tote Welpenhaar ist irgendwann tot und lässt sich rauskämmen bzw. zupfen. Also wer ein Cocker hält, der darf um Gottes Willen nicht irgendwann meinen, er muss dieses Fell darunter haben und muss es scheren oder schneiden. Dann macht er die Fellqualität für ewig kaputt. Das muss man aushalten, bis das Fell sich löst und dann muss man es auskämmen oder zupfen. Und dann hat man dieses seidige, schlichte Haar, was die Blauschimmelhündin, so heißt die Farbe, dieses schwarz-weiß gemuschelte und eben die erwachsene Braunschimmelhündin, das ist dieses braun-weiß gemuschelte. Das sind diese Schimmelfarben. Dann kommt dieses seidige, schlichte Haar zum Vorschein. Das dauert aber unter Umständen bei dunklen Blauschimmeln bis zu einem Jahr länger. Cocker Spanier gibt es auch in einfarbig, in rot-schwarz-zobelfarben und dieses Black & Tan gehört auch zu den Einfarbigen. Wer das möchte, gibt eine Einfarbige. Vielen Dank an die vielen Spanier, die wir jetzt hier drinnen hatten. und noch eine kleine Ehrenrunde und die Besucher, die immer noch aushalten hier bei uns am Ring, die bieten wir doch um einen kleinen Applaus. Vielen Dank für die Vorstellung Ihrer Rasse. Vielen Dank. Vielen Dank.